Die HEMA AG ist die größte private Blutspende-Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland. Als pharmazeutisches Unternehmen stellt sie fertig Arzneimittel zur unmittelbaren Transfusion in der Patientenversorgung in Kliniken und Arztpraxen, sowie Blutplasma zur Weiterverarbeitung in der pharmazeutischen Industrie her. Geschichte Die HEMA hat ihren Ursprung in einer Unternehmensgründung des Freistaates Sachsen sowie der Landkreise Oschatz und Töbeln im Jahr 1993 unter dem Namen Labordiagnostika GmbH. 1996 erfolgte die Privatisierung der Gesellschaft. Ein Jahr später wurde die Gebietsblutspendezentrale Grimma, eine der ältesten Blutspende-Einrichtungen Deutschlands, übernommen. Im Jahr 2002 wurde die HEMA Holding AG übernommen. Hierbei konnte sich die Stadt Leipzig im Kampf um den Firmensitz gegen Berlin durchsetzen. Die Zentralisierung wesentlicher Unternehmensbereiche am Standort Leipzig wurde 2005 abgeschlossen. Die Unternehmenszentrale befand sich bis November 2012 in der BioCity Leipzig. Seit Dezember 2012 befindet sich der Firmensitz in der Landsteiner Straße auf dem Gelände der Alten Messe Leipzig. 2010 schied Wolfgang Strauch, der die kommunale Firma privatisierte, als langjähriger Geschäftsführer und Vorstand aus. 2014 schied Knut Peter Krause als langjähriger Geschäftsführer und Vorstand aus. Seit 1. Januar 2015 sind neben Jörg Fahrenbach auch Barbara Baumann-Baretti, Katrin Scholz und Jose Rivero im Vorstand der HEMA AG. Die HEMA AG ist inzwischen eine 100% IGE-Tochter der Atom GmbH. Zurzeit gibt es 35 HEMA-Blutspendezentren in Deutschland. Es gibt 11 Zentren in Sachsen, 6 in Berlin, 5 in Thüringen, 4 in Nordrhein-Westfalen, 3 in Brandenburg, 2 in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern sowie je 1 in Sachsen-Anhalt und in Schleswig-Holstein. Produkte und Dienstleistungen Die HEMA AG betreibt einen überregionalen Blutspendedienst und erbringt Dienstleistungen in der Transfusionsmedizin. Folgende Arzneimittel aus Blut und Plasma stehen zur Verfügung. Erythrozytenkonzentrat Thrombozyterferäsekonzentrat Gefrorenes Frischplasma Spezialpräparate Außerdem bietet die HEMA AG Dienstleistungen zur Transfusionsmedizin an. Übernahme der Funktion des externen Transfusionsbeauftragten Übernahme der Funktion des Qualitätsbeauftragten für Hämotherapie Beratung im Bereich der Anwendung der Blutprodukte Transfusionsmedizinischer Bereitschaftsdienst Transfusionsmedizinisches Speziallabor Beratung zu Fragen der Labororganisation Zusätzlich sind Therapieansätze vorhanden für Mikrozirkulationsstörungen Immunologisch bedingte Erkrankungen Lipidstoffwechselstörungen Hemmkörperhämophilie Eisenstoffwechselstörungen 5% des Blutbedarfs in Deutschland werden von unabhängigen Spendediensten gedeckt davon 4% durch die HEMA aus K aus K aus K